Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Der letzte Hulk, kurz vor dem Airdrop, wird jetzt auch noch auf Vivi droppen. Darin schauen wir uns auf jeden Fall das nächste 1 zu 1 Artwork an und wir schauen uns auf jeden Fall auch eine Spekulation über David Yu, dass er Omi-Token verkauft hätte, nochmal ganz genau an. Das und sehr viel wir jetzt in diesem Video. Willkommen an Wurde, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge News mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Bevor wir jetzt aber mit den richtigen Themen rein starten, ganz kurz eine wichtige Sache zur Vivi-App selbst. Dort gab es nämlich ein Update. Unbedingt aktualisieren, dass ihr dort auf jeden Fall auf dem neuesten Stand seid, was Apple und auch Android angeht. Ansonsten auch, wie schon im Intro erwähnt, wir sehen den nächsten Hulk und auch den letzten Hulk, kurz bevor wir den Airdrop sehen. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für einen Airdrop? Der ein oder andere, der es jetzt schon gelesen hat oder auch hier gerade schon sieht, der hat es schon gesehen. Wir sehen hier den Gladiator Hulk. Ich persönlich finde den fast sogar am coolsten von allen Hulks. Und auch generell hier mit Animation und auch rein vom Grafischen sieht das auf jeden Fall schon mal erstmal sehr, sehr cool aus. Wir sehen ihn hier animiert mit Sound natürlich an dieser Stelle. Und was jetzt an dieser Stelle entscheidend ist, wir sehen das Ganze am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit, das heißt am 22. August. Und wir sehen hier auch, wie schon gesagt, den vierten Hulk in Folge. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was hat es jetzt mit diesem vierten Hulk auf sich. Wir sehen nämlich insgesamt vier Hulks hintereinander weg, unterschiedlicher Art. Und dann kommt ein Airdrop. Und ich gehe davon aus, dass wir hier bei diesem Hulk dann unter anderem auch wieder einen Listenpreis von 50 Gems sehen werden. Aber eine deutlich geringere Editionzahl. Was dazu beiträgt, dass man definitiv diesen Hulk hier braucht, um auch den Airdrop zu bekommen. Wenn man sich jetzt auch schon den Preis des Red Hulks anschaut, der momentan so bei 160 bis 180 rumdümpelt, dann kann man auf jeden Fall sehr stark davon ausgehen, dass dieser Hulk extrem durch die Decke gehen wird. Egal, was für eine Editionzahl das hat, weil die halt auf jeden Fall drunter sein wird. Unter dem des Red Hulks wird das definitiv sehr, sehr wichtig werden. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass es hier einen sehr großen Kaufdruck geben wird. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Job, den ich mitnehmen werde. Einfach, weil es einfach sehr, sehr cool aussieht und gegebenenfalls man das auch flippen kann, um das Ganze dann wieder hier zu investieren in Sachen, die man halt sammeln möchte. Das ist natürlich aber an dieser Stelle kein Financial Advice. Das Ganze kann auch schief gehen und so weiter und so fort. Das ist nur das, was ich mache. Ansonsten gibt es auf jeden Fall das nächste 1 zu 1 Artwork und das nämlich von Moonboard. Und ja, das ist tatsächlich, glaube ich, der zweite Artist, den wir jetzt hier unabhängig sehen. Bis auf Marvel, die im Prinzip ja eigentlich ständige Artworks bringen, finde ich an dieser Stelle auch eine sehr coole Aktion startet. Nächste Woche von Montag bis Freitag. Also wer auf jeden Fall hier Interesse hat, der kann das Ganze auf jeden Fall sich nochmal genauer ansehen. Der nächste Comicjob steht außerdem vor der Tür und zwar nämlich am Montag um 17 in Deutschland Zeit. Und hier sehen wir Loki, Hashtag 1 aus dem Jahre 2004. Und wir haben an dieser Stelle hier natürlich auch wieder exklusive Rare, wie auch Ultra-Cover. Für mich persönlich sind das jetzt keine super coolen Cover, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Und das Comic selber hat jetzt nicht super viel Value, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen. 9.8 gerade mal für 150 Dollar. Also wir springen jetzt hier von keinem mega Great Comic an dieser Stelle. An dieser Stelle für mich persönlich ein Skip. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal ganz kurz die Drop-Details an für den König der Löwen-Drop. Und zwar wird der hier nämlich am Sonntag stattfinden um 17 in deutscher Zeit. Und hier sehen wir insgesamt das Ganze mit drei Collectibles, was hier an dieser Stelle erstmal sehr, sehr cool fühlt. Denn wir sehen hier Simba animiert mit Sound tatsächlich als Rare. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Der ganze Listenpreis hier pro Blindbox wird 40 Gems betragen. Unter anderem sehen wir hier 2.494 Editions und natürlich auch die First Appearance von Simba auf der Blockchain. An dieser sehen wir dann hier den Affen, die Ultra-Rare. Unter anderem haben wir hier eine Edition von 1.994 Stück und natürlich eine First Appearance. An dieser Stelle war das eigentlich schon fast relativ klar, dass der kommen wird. Aber was nicht so wirklich klar war, jedenfalls für mich, dass wir hier Scar als Secretare sehen. Mit einer relativ geringen Auflage und zwar nämlich nur 894 Collectibles, die wir sehen werden. Wie gesagt, schon Secretare First Appearance finde ich aber an dieser Stelle eine sehr, sehr gute Wahl und bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Collectibles hier gehen werden. Ansonsten haben wir hier natürlich auch noch den dritten Stift, den wir sehen werden. Insgesamt wird es ja 5 Stifte geben, mit denen man dann hier diesen Desk craften kann. Und wie man jetzt hier auch schon sieht, wir haben jetzt im Prinzip schon 3 Series abgehakt. Insgesamt werden jetzt hier noch 2 kommen und zwar nämlich einmal Peter Pan und auch noch Aladin Diamond on the Road Character Series. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dort noch für Collectibles kommen werden. Der ganze Airdrop für den Pencil selbst wird am 28. August sein. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall bis dorthin Zeit, das Collectible im Markt zu kaufen und dann einen Stift zu bekommen, was aber auch sehr wichtig ist zu erwähnen. Ihr könnt im Prinzip nur einen Stift pro Account bekommen und ihr müsst das Collectible vom Drop erwerben. Das heißt, es bringt euch nichts, wenn ihr es auf dem Marketplace kauft oder wenn ihr 5 Stück davon im Job kauft, ihr bekommt schlussendlich nur einen Stift. Oder wenn ihr es im Markt kauft, gar keinen Stift. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten kommen wir auf jeden Fall noch zu einer spekulativen Sache, die jetzt so die Tage ihre Runden gemacht hat. Und zwar geht es nämlich dort um einen möglichen Abverkauf von David U bzw. Reskellern. Das war in der Vergangenheit auf jeden Fall ein großes Thema, da dort auf jeden Fall mehr oder weniger gesagt wurde, okay, wir haben die Wallet-Adresse von Reese und er hat hier und da auf jeden Fall immer auch Tokens verkauft. Und da wurde dann auch die Spekulation des Insider-Tradings mit reingebracht, was an dieser Stelle übrigens nicht wirklich Insider-Trading war. Und an dieser Stelle hat sich das Ganze irgendwie dann plötzlich jetzt doch als falsch herausgestellt, weil man doch irgendwie die falsche Wallet-Adresse getrackt hatte. Und wenn man sich das Ganze mal hier auf jeden Fall anschaut, Sergio Collects hat es auf jeden Fall nochmal hier geschrieben bzw. Omi Daily Burn hat das Ganze nochmal wirklich recherchiert und nochmal ein bisschen seriöser auf jeden Fall aufgewollt und hat hier an dieser Stelle auch festgestellt, dass zum Beispiel David U sein Wallet hier mit über 30 Milliarden Tokens sich seiner gewissen Ewigkeit eigentlich auch gar nicht bewegt hat. Genauso das Wallet von Reese, also an dieser Stelle tatsächlich das ganze Thema kann man abhaken. Das ist mehr oder weniger hier entweder komplett falsch informiert gewesen oder schlecht informiert gewesen, was Leute hier teilweise auch gespreadet haben. Ich war von Anfang an überzeugt, dass es hier nicht zu einem Abverkauf von David oder Reese kommen wird bzw. nicht zu einem Insider-Trade kommen wird. Aber hier auf jeden Fall nochmal die Bestätigung. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass dieses Thema nun endlich abgehakt ist. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vivi-News hier für den Samstag. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf ein riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.